Trinken Sie jeden Tag lauwarmes Wasser. Wasser enthält zahlreiche heilende Eigenschaften und fördert die Gesundheit auf verschiedenste Arten. Wenn Sie regelmäßig Wasser trinken, sollten Sie auch die Temperatur berücksichtigen. Es ist nicht ratsam, dieses sehr kalt zu trinken, da dadurch verschiedene Beschwerden und sogar Krankheiten entstehen könnten, insbesondere bei sportlichen Aktivitäten, trinken Sie bevorzugt lauwarmes Wasser, Zimmertemperatur. Die Körpertemperatur ist nämlich höher und deshalb kann es bei eiskaltem Wasser zu Krämpfen, insbesondere zu Magen- oder Darmkrämpfen kommen. Lauwarmes Wasser hat zahlreiche gesundheitsfördernde Eigenschaften. Wenn Sie schon am Morgen auf leeren Magen ein Glas davon trinken, danach etwas warten und ein weiteres Glas lauwarmes Wasser mit etwas Zitronensaft und Honig trinken, können Sie Ihren Körper entgiften und Sie werden sich viel wohler fühlen. Lauwarmes Wasser hilft auch gegen Essensgelüste, so essen Sie weniger und brauchen nur das Nötige. Doch dies ist noch lange nicht alles, was lauwarmes Wasser bieten kann. Nachfolgend erfahren Sie noch viel mehr Interessantes zu diesem Thema. Entgiftung lauwarmes Wasser auf nüchternen Magen hilft ausgezeichnet, Giftstoffe und Rückstände auszuscheiden, die von kaltem Wasser nicht aufgelöst werden können. Außerdem unterstützt es die Nieren, die Poren und andere Organe, bei der Befreiung des Organismus von Schadstoffen. Der regelmäßige Konsum von lauwarmem Wasser reinigt alle Gewebe, doch ein Glas am Tag reicht nicht, Sie müssen das Wasser in regelmäßigen Abständen trinken. Wirkt schmerzlindernd lauwarmes Wasser hilft auch zur Linderung und Heilung verschiedener Krankheiten, wie Z. Bräumer und Arteriosklerose und viele mehr. Auch bei Fieber wirkt es ausgezeichnet. Wenn Sie ausreichend Wasser trinken, wird die Körperthema-Ratur schnell sinken, es fördert die Durchblutung und reinigt die Gefäße von Rückständen. Mit lauwarmem Wasser abnehmen, das wird Sie sicher interessieren. Wussten Sie, dass lauwarmes Wasser für Personen mit Übergewicht eine ausgezeichnete Hilfe sein kann, trinken Sie in regelmäßigen Abständen lauwarmes Wasser, so können Sie leichter abnehmen. Vergessen Sie nicht auf ausreichend Bewegung und andere Maßnahmen zum Abnehmen. Sie benötigen so keine radikalen, gesundheitsschädlichen Diäten. pH-Gleichgewicht Der regelmäßige Konsum von lauwarmem Wasser hilft ebenfalls, den Säurebasenhaushalt auszugleichen. Eine Übersäuerung des Körpers beeinflusst das Wohlbefinden und kann verschiedene Krankheiten verursachen. Mit einem ausgeglichenen Säurebasenhaushalt werden Sie sich gesünder fühlen und dies wird auch an Ihrem Äußeren sichtbar sein. Vergessen Sie nicht, 80% des Körpers betät aus Wasser, wenn Sie wenig trinken, kann es deshalb zu einem Ungleichgewicht kommen, das beste Mittel, um dies zu verhindern, ist Wasser. Trinken Sie täglich 1,5 bis 2 Liter Wasser, übertreiben Sie jedoch nicht. Punkt. Setzen Sie diese Tipps in Ihrem Alltag um, damit auch Sie von den zahlreichen Vorteilen des lebensspendenden Wassers profitieren können.